So, ja da bin ich doch schon wieder. Ich bin hier gerade beim Looten gewesen und mir ist natürlich eingefallen, so ganz fertig sind wir hier noch nicht. Es gibt nämlich noch mehr, was wir hier finden müssen. Und zwar befindet sich das hier im Dunkeln. Und zwar ist das in einer dieser Baracken, hier seht ihr das hier auf der Karte. So, das heißt, wir können uns ein Foto angucken hier von unserem Mats, der Erewhorn ist mit dem Cal. Das heißt, das sind auch die großen Bros. Das ist wunderschön. Und es gibt noch mehr davon, das heißt nicht einfach weiterlaufen. Manchmal muss man auch zweimal in die Kiste gucken, damit man was rauskriegt. So, jetzt gibt es nochmal ein Report. Und zwar waren die Russen auf dieser Insel schon mal und anscheinend scheint es hier irgendwas mit Nuklearwaffen zu geben, weshalb wir uns natürlich weiterhin auf den Weg machen müssen, um rauszufinden, was hier Sache ist. So, jetzt haben wir das tatsächlich dann auch erledigt. Ich bin voll, was die Munition angeht. Das heißt, für mich auch hier eigentlich nichts mehr zu holen. Aber davon braucht man nicht so viel. Wenn man die Bandagen hat, hat man eigentlich genug davon. So, hier irgendwo ist noch was gedroppt, was ich nicht mitgenommen habe. Abkommen mit dem Schubsgeld. Ich habe vergessen. Hier haben wir noch mehr genommen. So. 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 Jetzt müssen wir hier wieder zurück. Und nochmal fragen, was so Phase ist bezüglich der neuen Info, die wir bekommen haben. Und dafür, um da hinzukommen, könnte ich ja nochmal zurück zu meinem alten Hubschrauber laufen. Aber das finde ich ja langweilig, deswegen glaube ich zu einem neuen hier. Ich klaue ja dann doch gerne mal was. Ja. Den Gegnern Material wegnehmen. Das kann man auch mal machen. So, dann verlassen wir diesen wunderschönen Ort. Der war ja schon... Ah ne, das Mann schlägt quasi auch mit mir nicht. Aber... Ihr könnt euch vorstellen, wenn man das Ganze auf dem höheren Schmiedenkreis im Grat spielt, dass... dass da schon mit ein bisschen mehr Gegenwert zu erwarten ist, um zu rechnen ist, als mit dem, was ich mir da gerade angetan habe. So. So. Wir kennen das ja hier schon. Der ist jetzt zum ersten Mal hier so. Da ist ja auch schon wieder ein Informant, der uns jetzt Info geben wird, hoffentlich. Außer vielleicht sagt uns auf die Uhrzeit. Hey, wie spät? Grüezi. Don't be afraid. Achso. Ja, ja. Ich schaue für irgendwelche Signen von Radiation. Seen anything unusual in der Area? Ja, das ist die Geschichte. Really appreciate it. Goodbye. Gut. So. Also, ein Bunker soll es sein, wo wir hin sollen. Und dieser Bunker befindet sich offensichtlich hier. Und da werden wir uns jetzt einfach mal auf den Weg machen. Ich beeile mich auch, damit das Video nicht so lange wirkt. Ja. Ups. Normalerweise nicht. Über Eile fliege ich irgendwo gegen so einen Bauch oder woanders. So. Das sieht doch nach dem Bunker aus. Manchmal hört man ja stimmen, ne? Das finde ich total lustig. Weil das so ein freies mit dem Helikopter. So. Da sind wir schon. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Sehr langweilig. So. Und das heißt, ich sehe den Bunker. Und dann gehen wir jetzt mal hin. Ich höre jetzt mal wieder Hubschrauber. Deswegen lege ich mich hin. Und ich mache hier Brown Cannon und so. Und damit bin ich jetzt unsichtbar. Und dieser Hubschrauber, der hier irgendwo langfliebt, sieht mich. So. Ich meine, das sieht auch echt ziemlich cool aus, muss ich sagen. Interessant finde ich auch, dass wenn man sich so hinlegt, dass hier so rechts und links, also um einer Sichtfeld, sich das so ein bisschen schwarz färbt. Und das heißt, so ein bisschen verschwommen ist. Das macht das Ganze so ein bisschen, ja, echter. So. Hier haben wir so den Bunker, in den wir mal reingehen wollen. Ich erinnere mich gerade, dass ich noch kein Nachtsichtgerät freigeschaltet habe. Damals könnte man das ja vielleicht schon tun. Ich mache mal kurz in meinen Loadout rein, weil ich habe ja doch schon wieder so ein Skillpoint bekommen. Und den könnten wir jetzt zum Beispiel dafür benutzen. Ich habe sogar zwei Skillpunkte. Das ist ja auch schon nicht schlecht. Also machen wir mal hier. Ja, machen wir ein Nachtsichtgerät. Das hier. Hier gibt es den 40 XP Bonus, wenn man die Pistole benutzt. So. Und das wollen wir uns auch. Weil das ist nämlich tatsächlich echt ziemlich cool. Jetzt muss ich aber natürlich, da gibt es dann diese, ja, das muss ich natürlich nochmal ändern. Das heißt, das ändere ich in das. So, die ändere ich in die. Ich habe ein bisschen Waffen gesammelt hier, während ich unterwegs war. Ihr könnt euch das sicherlich vorstellen, dass hier doch so einiges rumlag. Vor allem in den Pistolen habe ich hier doch so einiges eingesammelt. Und die Klamotten lassen wir jetzt mal weg. Weil, abholen. Handschuhe. Handschuhe. Also hier seht ihr, wie sie sehen, sind sie gar nichts. Das ist sehr langweilig. Die Hose. Gibt es hier bei der Hose irgendeine, die mir, ja, hier zum Beispiel sehen wir hier. Die gibt uns also plus zwei Prozent Regenerierungsgeschwindigkeit. Und wenn wir uns sowas ausschlagen würden, wären wir ja schön dämlich. So. Jetzt gucken wir mal im Dunkeln lang. Ach, da liegt ja was. Und zwar sieht das so ein bisschen nach einem Skelett aus. Ich muss das jetzt mal angucken. Aber ich habe einen Ring gefunden. So, der Militärakademie und sowas ist ein Ring, den auch der Freund von Mads, Cal, getragen hat auf das komische Foto. So, dann haben wir also auch das gefunden. Aber irgendwie... Man, er hat einen Ring auf seinem Fink. Achso, ja, gut. Es ist das gleiche von Mads' Fotograf. Das ist Cal's Körper. Okay, also jetzt haben wir also den Cal gefunden, der gestorben ist. Und jetzt geht es hier noch weiter runter in den Augen. So, hier gibt es auch noch was zu sehen. So, jetzt zeichnen wir uns mal näher ran. So, hier gibt es auch noch was zu sehen. So, jetzt zeichnen wir uns mal näher ran. Das sieht so ein bisschen anders aus wie dieser Generate oder was. Oder eine Bombe. Eine Bombe. Zündkopf. Wahrscheinlich eine Atombombe. Gut. Und weiter geht's. Was haben wir noch? Ja, ich glaube... Wir sind immer noch dabei, den Boot. Gut, der hat dann noch nicht registriert, dass wir fertig sind. Und dann kommen wir noch. Oder habe ich was vergessen? Oh ja, ich habe was vergessen. Hier gibt es noch ein Kistchen. Oder eine Karte. Eine Karte. Ja. Machen wir gerne. Und zwar ist hier noch so eine Keykarte. So eine Zugangskarte. Oh ja ja ja. Das ist natürlich mal spannend, weil die gibt uns doch bestimmt Zugang zu irgendwas, was wir jetzt noch nicht kennen. Jetzt können wir zu Schulz gehen. So. Dann Schulz. Das ist immer lustig. Schulz hat mir aber früher gesagt, wenn wir gewülpt haben. Ja, Schulz. Also Schulz ist unser Mann. Und dann machen wir so Fast Travel. Okay. So. Und dann war's das warm. Kurzes Video. Um hier nochmal diese Mission auch erfolgreich abzuschließen, bis zum Schluss zu machen. Ich hoffe ihr hattet Spaß dabei. Ich habe euch ein bisschen geholfen, wie man hier wo alles findet. Wobei so schwierig ist es eigentlich auch gar nicht, weil es wird ja auch immer gleich gezeigt wo es ist. So viel suchen muss man auf jeden Fall im Easy Mode nicht. Ja, dann wünsche ich euch was für den Rest des Tages. Je nachdem wie viel euch noch bleibt. Ich bin jetzt hier wieder in Erovan gelandet und ich werde jetzt. Na, guck mal, dann machen wir das. Ach ja. Entschuldigung. Ich habe schon wieder abmoduliert. Die Mission ist ja noch nicht zu Ende. Die ist ja erst zu Ende, weil wir mit dem Mats gesprochen haben. Der schnitt der Bummel ist so. So. Ja, Talk to Schulz. Zähl mal einen. schwimmig gammelt. Das ist ja auch noch nicht zu. Das ist ja noch ausgezิet. Das war alles gut. Das ist ja auch Entrezt, Akk ρiert. Ich denke, ihr Freund Kal hatte die Unbekannte der Vorstand seinenüzelten Gottes. Dezufügen mit der Russlands ist doch ziemlich komitiert. Ja. Sie war keine ganze Zeit lang wundern. Ihr war nie sicher, dass erliche Sie dazu zu gefrenen haben. Kal, doch war ein guter Kernt. Er war einfach ein gutes Verhalten. Er hatte nur gerade mal gemacht, er ist richtig. Ich bin nur glücklich, dass die Welt war nicht nuket. Ich habe einen Schilder, mit einem kleinen Atomac-Symbol. Ich habe einen Schilder, einen Schilder, aber ich kann nicht herausfinden, was es für ein Blueprints ist. Ich habe einen Schilder, mein Obring hat die Antworten, irgendwo. Ich habe auch einen Schilder, mit einem kleinen Atomac-Symbol auf dem. Da war kein Test auf der Island, war es? Currently? Ich hoffe nicht. Zwei Augen ist mehr als genug für mich. Ich verstehe. Ich habe mir ein Faktor, komm mal morgen. So, naja gut, also er ist ja noch sehr angetan von seinem Kumpel. So, jetzt ist Mission completed. Nun danke ich euch fürs Zuschauen. Was ich vielleicht jetzt tun werde, in der Zwischenzeit, wofür ich vielleicht kein Video mache, weil vielleicht Quatsch, ich werde mal so ein bisschen hier free roam machen. Ich muss mal so ein bisschen durch die Gegend laufen, um den Charakter ein bisschen zu pushen. Wenn man immer nur diese Missionen durchspielt, dann kommt man nicht besonders weit. Und wie gesagt, da müssen Waffen gefunden werden und aufgebessert werden und so weiter und so fort. Das ist alles nichts, was wahrscheinlich, was ihr sehen wollt, weil das viel Kisten öffnen ist und viel einfache Gegner umbringen und so. Also das ist ein bisschen langweilig. Von daher werde ich mich jetzt verabschieden ins Free Roam und durch die Gegend laufen, um hier ein bisschen zu leveln. Und ja, ich melde mich dann, wenn ich die nächste Mission mache, hoffentlich wieder mit einem Video. Also, bis dahin, tut was wir nicht lassen können. Auf Wiedersehen.